Ja, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC. Ich möchte ein bisschen über die neuesten Themen rund um Hertha BSC sprechen. Das heißt, vielleicht auch mal auf die neuesten Transfergerüchte schauen. Es gibt so ein, zwei Transfergerüchte, die vielleicht schon eine kleine Richtung für den kommenden Sommer andeuten. Es geht vor allen Dingen um einen neuen Rechtsverteidiger und es geht auch ein bisschen um Christoph Piontek. Denn möglicherweise gibt es die Chance, dass wir ihm im Sommer endgültig loswerden. Und es wäre natürlich herausragend für unsere Situation. Ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir erstmal genau über Christoph Piontek. Denn Christoph Piontek ist ja seit einigen Jahren jetzt mittlerweile Teil des Vereins. Wir hatten ihn ja damals in diesem sehr aktiven Wintertransferfenster 2020 geholt. Ich sage ganz im Ernst, Christoph Piontek ist einer der größten Flops unserer Vereinsgeschichte. Wir haben 24 Millionen Euro für ihn bezahlt. Er bezieht so ein immens hohes Gehalt. Das liegt so zwischen 4 und 5 Millionen Euro. Das heißt, es ist viel zu hoch. Und was sollen wir sagen, seine Leistungen hier waren eher durchwachsen. Das beste Spiel von ihm war damals dieses 3 zu 1 gegen Union, wo er einen Doppelpacker zielte. Aber ansonsten hat er wirklich nie so wirklich an seinen Leistungen, die er in Italien mal gezeigt hatte, bei Genua anknüpfen können. Ja, und was soll ich sagen? Es war ein Flop mit Ansage auch so ein bisschen. Ich hatte das schon damals so ein bisschen befürchtet, dass er zu uns gewechselt ist. Aber dass es tatsächlich so schlimm wird, das hatte ich auch nicht befürchtet. Er war jetzt innerhalb von den letzten anderthalb Jahren sehr oft verliehen. Er spielt jetzt die Saison für Salantinana. Das ist so ein Mittelklasse italienischer Verein, der aber auch ein bisschen gegen den Abstieg kämpft, beziehungsweise sogar sehr aktiv gegen den Abstieg kämpft. Und dann war er letzte Saison verliehen an den AC Florenz. Aber auch wenn er dort wieder in der Serie A seiner bekanntermaßen Lieblings, die er gespielt hat, konnte er dort nicht so wirklich an alte Leistungen anknüpfen. Diese Saison sieht es zum Beispiel alles andere als gut aus. Er ist zwar Stammspieler und das ist schon mal Grund auf eine gute Nachricht, aber als Stürmer schießt er nicht genug Tore. Er hat jetzt in 23 Spielen 3 Tore geschossen. Das sind sogar schlechte Werte, als er bei uns hatte. Und ganz im Ernst, seine Leistungen, die lassen auch teilweise zu wünschen übrig. Natürlich, bei Salantinana hat er es ein bisschen schwer. Er wird da nicht mit Bällen gefüttert, wie bei anderen Vereinen. Aber das sind schon Grund auf nicht gute Werte. Immerhin ist er noch Teil der polnischen Nationalöffentlichen, kann er dort überzeugen. Aber sein Marktwert erschellt weiter nach unten. Mittlerweile hat er nur noch einen geschätzten Marktwert von knapp 7 oder 8 Millionen Euro. Und vergesst nicht, wir haben 24 Millionen für ihn bezahlt. Es ist wirklich, wenn man darauf zurückblickt, echt ein komplett verrücktes Transferfenster gewesen. Aber jetzt ist die Frage, was passiert denn mit ihm? Möchte US Salantinana ihn halten? Erstmal, US Salantinana besitzt eine Kaufoption für Christoph Piontek. Und diese Kaufoption liegt bei ca. 10 Millionen Euro. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Kaufoption zu diesen Konditionen gezogen wird, ist natürlich recht unwahrscheinlich. Momentan steht Salantinana auf dem 16. Tabellenplatz. Und Bedingung, dass Christoph Piontek da bleibt, ist natürlich der Klassenhalt. Es gibt eine interessante News. Bei US Salantinana beschäftigt man sich schon aktiv mit der Kaderplanung für die nächste Saison, wie zum Beispiel auch jeder andere Verein. Und man plant auch Christoph Piontek fortlaufend weiterhin zu behalten. Das Ding ist, die Kaufoption ist etwas zu hoch und man müsste sich nochmal neu mit Hertha BSC auseinandersetzen. Fakt ist, die Italiener sitzen am längeren Hebel und können so ein bisschen entscheiden. Das heißt, wir müssten im besten Falle die Klasse halten und Salantinana auch. Und dann könnte man vielleicht zu einer für uns auch halbwegs angenehmen Einigung kommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir Christoph Piontek abgeben. Wir müssen uns sagen, momentan verleihen wir ihn ja auch nur, um unsere Gehaltskosten halbwegs zu senken. Aber würden wir ihn natürlich fest und langfristig abgeben, wäre es natürlich auch gut für unsere Situation. Ob wir jetzt überhaupt 7 oder 8 Millionen Euro kriegen werden, das ist natürlich aus unserer Lage heraus sehr schwer. Ich denke, es wären im Endeffekt 5 Millionen, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Aber Hauptsache, wir werden ihn los. Trotzdem, das ist ein riesiger Minustier gewesen. Der hat uns wahrscheinlich mehr als 30, 40 Millionen Euro gekostet, wenn man diese kompletten Gehaltskosten noch mit dazu rechnet. Und man kann einfach froh sein, wenn diese Zeit vorbei ist. Und ich würde es positiv finden, wenn Salantinana ihn behalten würde. Es würde halt einfach unser Gehaltsgefüge, dieses Ungleichgewicht im Gehaltsgefüge extrem entlasten. Und von daher hoffe ich, dass Christoph Piontek den Weg bei Salantinana fortsetzt. Aber wie gesagt, die müssen erstmal die Klasse halten. In Italien ist ja der Klassenkampf auch nochmal ähnlich spannend wie bei uns. Aber ich denke mal, dass sie dazu in der Lage sein werden. Aber wisst ihr, was auch passieren kann? Wenn zum Beispiel Salantinana absteckt und man sich nicht endgültig einigen kann, dann könnte es vielleicht auch so enden, dass Christoph Piontek nächste Saison wieder bei uns auf der Matte steht. Und dass wir dann erneut diese enormen Probleme haben. Naja, wie dem auch sei, ich bin sehr gespannt, was im Sommer bei uns hier passieren wird. Fakt ist, der Kader wird von einem riesigen Umbruch stehen. Viele Leihspiele zurückkommen werden. Christoph Piontek ist ja nicht der Einzige. Wir haben ja Alexander Schwole verliehen, Mauli da, Zefug. Die werden erstmal allesamt zurückkommen, sollten zum Beispiel nicht die einzelnen Kaufoptionen gezogen werden. Was aber recht unwahrscheinlich ist. Und das heißt, dass wir uns dann schon wieder neue Vereine aussuchen können. Weil hier einfach in den letzten Jahren eine katastrophale Arbeit geleistet worden war. Nun ja, so viel zu Christoph Piontek. Jetzt geht es direkt in die zweite News rein. Und zwar geht es um einen möglichen Neuzugang. Ich möchte über einen neuen Rechtsverteidiger sprechen. Es gab jetzt Gerüchte über einen neuen Rechtsverteidiger. Es ging nämlich um Felix Passlack. Das Gerücht habe ich einfach nicht in meinen Videos aufgegriffen, denn ich halte von der Quelle des Gerüchts nicht so viel. Aber es gibt jetzt auch einen zweiten Rechtsverteidiger, an dem wir interessiert sein sollen. Und zwar laut einer bosnischen Zeitung sollen wir Interesse an Yusuf Gazibegovic zeigen. Er ist ein 23-jähriger Spieler, der momentan in Österreich spielt. Und zwar bei Sturm Graz. Ja, er ist ein sehr interessanter Spieler meiner Meinung nach, denn er ist Rechtsverteidiger. Und ich finde es gut, dass wir uns nach einem neuen Rechtsverteidiger umsehen. Denn wir wissen, die Rechtsverteidigerposition in der nächsten Saison, die könnte mal wieder vor einem Umbuch stehen. Die Frage, ob man mit Kenny weitermacht, kann natürlich nur beantwortet werden, wenn wir in der ersten Liga bleiben. Und dahinter haben wir eben Pekerik und Eitschberger. Pekerik wird allen wahrscheinlich nach dieser Saison Hertha BSC verlassen. Ich würde am liebsten auch Pekerik nochmal ein Jahr länger halten, kann nicht schaden. Aber er ist dann wahrscheinlich einfach auch ein bisschen zu alt für uns und möchte sich wahrscheinlich nochmal einer neuen Herausforderung stellen. Und somit könnte dort sich eine kleine Lücke auftun. Und vor allen Dingen, wenn man mal schaut, mit welcher Formation wir nächste Saison rein starten. Starten wir nächste Saison wieder mit einer Dreierkette rein, da muss man schauen, inwiefern es überhaupt notwendig ist, mit Kenny weiterzumachen. Oder ob man da überhaupt einen neuen Mann braucht, wenn man auch einfach mit Marco Richter weitermachen kann. Oder ob wir eben wieder zurückstellen auf eine Viererkette. Das 4-3-3 ist ja wie gesagt immer noch die präferierte Formation von Sandro Schwarz. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass wir Anfang der nächsten Saison wieder uns auf Viererkette zurückstellen. Auch wenn ich kein Fan von dieser Entscheidung wäre. Das heißt, dann könnte man möglicherweise doch noch einen neuen Rechtsverteidiger brauchen. Die Sache ist, dieser Gazi Begovic ist ein 23-jähriger, richtig junger und momentan überzeugender Rechtsverteidiger in Österreich. Wir werden ihn nur verpflichten können, wenn wir eben in der Bundesliga bleiben. Denn das ist ein Hauptargument. Es gibt einige andere Vereine, die momentan Interesse an ihm zeigen. Unter anderem auch der 1. FC Köln. Das heißt, sollten wir absteigen, können wir uns solchen Namen sowieso aus dem Kopf hauen. Dann können wir uns auf unsere Jugend fokussieren. Aber bin ich Fan davon, von diesem ganzen Transfer? Ich glaube nur, wenn Kenny geht. Ich finde, wir müssen mehr auf unsere Jugend setzen. Jürgen Eitschberger überzeugt in der U19, überzeugt in der zweiten Mannschaft. Vor allen Dingen in der Regionalliga hat er die Saison echt eine super Saison gespielt. Ich bin ein sehr großer Fan von ihm. Und es würde mich freuen, wenn wir eben zum Beispiel auch des Gehaltsgefüges wegen nicht immer nur externe Spieler verpflichten, sondern vor allen Dingen zum Beispiel als zweiten Rechtsverteidiger einen jungen Spieler einsetzen. Zum Beispiel mit dem Jürgen Eitschberger. Die Sache ist, ob ich von Kenny überzeugt bin. Meiner Meinung nach ist Kenny der Spieler, der nicht so gut in unser System passt. Ich bin absolut kein Fan von Kenny, denn ich finde, wir brauchen dort einen anderen Spielertypen. Kenny ist ein sehr defensiv orientierter Rechtsverteidiger. Aber ihr überzeugt mich in dieser Saison überhaupt nicht. Habt ihr das Spiel gegen Mainz gesehen und diese unendlichen Fehler, vor allen Dingen in der Dreierkette, ist Kenny eine absolute Katastrophe. Und dieser Yusuf Gazibegovic ist natürlich ein Spieler, der ein anderer Spielertyp ist. Er ist ein sehr schneller, zwar auch defensiv veranlagter Außenverteidiger, aber ich finde, dass er in den Spielen von Sturmengratz echt eine sehr besondere Rolle einnimmt. Er ist sehr aggressiv, er läuft viel, er macht viel, er kämpft viel. Und ich denke mal, dass er ein sehr interessanter Spieler sein könnte. Vor allen Dingen, er kann auch als Linksverteidiger eingesetzt werden. Er ist ein beidfüßiger Spieler, kann auch mit dem linken Fuß, zwar nicht ganz so gut wie mit dem rechten Fuß, kann aber auch damit agieren. Und ich glaube, je nachdem, dass das ein richtig guter Transfer wäre. Die Frage ist halt bloß, es wird teuer. Es wird sehr, sehr teuer. Denn er hat einen Vertrag bis 2026, er hat erst vor kurzem, vor 4-5 Monaten, seinen Vertrag bei Sturmengratz verlängert. Das heißt, es wird auch noch eine kostspielige Angelegenheit. Und da ist natürlich die Frage, macht das alles Sinn? Wie gesagt, er ist ein junger Spieler mit sehr viel Potenzial, aber ich finde, es macht nur Sinn, wenn wir uns zum Beispiel von einem John-Joe Kenny trennen, wenn wir die Klasse halten und wenn wir trotzdem unseren jungen Spielern eine Perspektive anbieten können. Ein guter Spieler ist er definitiv. Die Frage ist bloß, ob wir uns auch bei dieser Konkurrenz, das heißt dem 1. FC Köln und noch einigen weiteren Vereinen im Winter, war ja wirklich bei vielen Teams auf der Liste, ob wir uns da überhaupt durchsetzen können. Ich finde es wenigstens gut, dass wir uns zu einem Rechtsverteidiger umschauen. Denn ich finde, in dieser Saison sehen wir, dass wir dort noch einige Defizite haben. John-Joe Kenny hat mich nie wirklich überzeugt. Und da bin nicht nur ich der Meinung, sondern auch einige andere von euch sagen immer wieder, dass John-Joe Kenny einer der Spieler ist, der nicht konstant und vor allen Dingen mit guten Leistungen überzeugen kann. Er ist mehr oder weniger einfach nur ein Durchschnittsspieler. Aber vielleicht ist das auch erstmal der wichtige Weg, auf solche Spieler zu setzen. Nun ja, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Heute mal der etwas realistische Blick auf zum Beispiel neue Spiele, auf Piontek und Gatsi Begovic. Ja, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Vergesst dich, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft die Hertha und die Bundesliga verpasst. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend euch noch. Wir sehen uns und tschüss.